Jo, guten Tag, hier ist wieder euer Omni, jetzt mit der letzten Tierliste für Millennia National Spirits, also Nationalgeister. Ob ich was zur Regierung mache? Ich glaube nicht, das lohnt sich irgendwie nicht so wirklich. Auf jeden Fall sind wir jetzt im letzten Zeitalter angekommen, bzw. im achten Zeitalter angekommen, die letzten Nationalgeister. Das sind diese acht kopflosen Gesellen, die wir hier sehen. Und wir fangen direkt mal mit, ich glaube, Finanzwesen an. Jo, internationales Finanzwesen, Entschuldigung. Ja, wir kriegen direkt 5000 Vermögen, einfach mal so geschenkt und Risikokapitalanleger plus 10 Vermögen halt. Also Bankgebäude generieren mehr Vermögen, keine Ahnung, warum man das so umständlich formuliert. Bankgebäude haben halt 10 mehr, ist ganz cool. Also habt eine Finanzspritze, gerade mit dem neuen Unterhalt, den ihr habt, natürlich auch eine super Sache. Stimmt übrigens, ich spoilere nicht die anderen Sachen, höchste Schwierigkeitsstufe. Ich hoffe, die meisten haben sich die vorherigen Tierlisten angeguckt. Wenn nicht, dann guckt bitte da rein, da erkläre ich nochmal genau, wie es abgeht. Nicht, aber generell Großmeister, Meister, ne. Und ich spoilere nicht, was die anderen so können. Müsst ihr euch angucken. 5000 Vermögen, also 5000 ist ganz cool. Gerade jetzt mit den erhöhten Unterhaltskosten finde ich das eine gute Sache. Normalerweise, wenn man im 8. Zeitleiter ist, sollte man finanziell so abgesichert sein, dass es kein Problem mehr gibt. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel hier gucken, habe ich schon ganz gut Geld. Trotzdem 5000 ist jetzt keine Summe, die irgendwie nichts wert wäre. Dann haben wir Wall Street, ist wahrscheinlich ein einmaliges Gebäude. Ne, ist es nicht. Zumindest steht hier das so. Dann kriegen wir 1,1 Vermögen-Effizienz. Das heißt, unsere Stadt produziert halt 0,1 mehr. Also 10% mehr dann eben von den Werten, die da schon produziert. Also wenn die Stadt jetzt 20 produziert, kriegt sie 2 mehr. Ja, 600 Produktionen. Ist okay, ne? Das ist ganz cool, plus 1%. Aber auch natürlich wieder nur cool, wenn man halt wirklich auch schon Geld hat. Wobei die Idee hinter, also das Theme, sag ich mal, das Thema ist wirklich cool dabei. Ihr habt Zinsen halt 1% pro Runde. Wenn ihr jetzt 1000 habt, kriegt ihr dann natürlich 10. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich bin gerade ein bisschen müde. Aber müsste ein 10, nein 100 sein. Ach, ne, 1% sind 10, ja. 10% sind 100 und 100% sind 1000, ja, genau. Also ist nicht so viel, ne? 10, aber wenn ihr jetzt 2000 habt, sind dann schon 20. Ja. Man muss halt, also ich meine, am Ende hat man 12.000. Aber ganz ehrlich, dann bist du auch am Ende und hast gewonnen oder verloren. Das ist ja wie bei fast allen Vorex-Spielen, auch Civilization so. Das Ende ist jetzt nicht so, als wenn das noch spektakuläre neue Dinge bringt. Jetzt außer diese Alien-Invasion vielleicht. Also hat der schon coole Sachen hier. Im Gegensatz zu Civilization schon ein paar Sachen, aber jetzt nichts, wo man auf Geld noch angewiesen wäre. Eigentlich, wenn man gescheit gespielt hat, hat man das automatisch. Außer eben diese Unterhaltskosten, die jetzt neu sind, ändern das massiv. Und dann eine Auslandsinvestition oben. Domänen, Kraft, Diplomatie. Zeitlich begrenzter Bonus auf den Wohlstand eines Vasallen. Ja, kriegt man halt wieder. Vasallenwohlstand kennen wir jetzt mittlerweile auch schon. Schon ist der Klassiker, wenn man bei Diplomatie guckt und irgendwo ist das immer mit drin. Einfach Vasallen pushen, damit ihr mehr Ressourcen aus dem rauspressen könnt. Was natürlich immer eine tolle Sache ist. Ja, dann Visionspatent schafft wieder eine Domänenfähigkeit. Diplomatie erhöht die Bevölkerung eines Vasallen. Ja, dasselbe wieder. Auch das kennt man jetzt mittlerweile schon. Ist nichts Neues. Ist nicht irgendwie drei Bevölkerungen erhöht oder 100% Wohlstand. Ja, Wohnraubverbesserung für Vermögen, finde ich. Genau, Wirtschaftsabkommen können wir vergessen. Mit KI könnt ihr keine Wirtschaftsabkommen machen. Dann müsst ihr militärisch deutlich stärker sein. Wie gesagt, das ist so gut wie unmöglich. Und das Vermächtnis finde ich schon recht schwer. 25.000 ist schon krass. Ich meine, man hat hier natürlich die Mittel, wenn man spart. Aber ganz ehrlich, ich hole mir die 5.000 ja nicht, um die einfach liegen zu lassen eigentlich. Also ich mache hier keinen... Ich will ja nicht mein Leben regeln und eine Villa in Hollywood mehr kaufen. Sondern ich möchte das Geld hier eigentlich benutzen. Aber gut, wenn ihr das rumliegen habt und die beiden Sachen hier dazu nutzt, dann passt das halt. Ja, ich finde das hier, ehrlich gesagt, hätte ich mir was Neues gewünscht, dass es schon wieder denselben ist, den man schon dreimal hatte. Schon beim Kolonialismus, bei der Fordalen-Monarchie und überall anders. Fände ich schön, wenn da was anders gewesen wäre. Sonst, das Thema finde ich cool. Das hier kann man halt leider vergessen, sonst wäre es auch ganz nett. Ja, und ist solide. Solide ist für mich immer so B. Das ist nichts Überwältigendes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Geld einen bricht. Aber wie gesagt, die Unterhaltskosten, ich habe da jetzt noch nicht so weit, glaube ich, noch mehr gespielt mit der neuen Runde. Der Patch kam erst, als ich die eine beendet habe. Mit dem hatte ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Da habe ich ja auch noch Videos gemacht. Ja, deswegen und gearbeitet. Aber deswegen sage ich jetzt einfach mal B. Ja, passt ganz gut. Dann kommen wir zu dem Konglomerat. Ja, fast richtig wieder, wie immer, Medienkonglomerat. Ja, wir kriegen das Produktionsstudium. Gibt uns für 30 Verbesserungspunkte. Wenn ihr nochmal bedenkt, manche Verbesserungsdinger haben in zwei Zeitaltern zurück 60 gekostet. Was ist das für ein Balancing? Sorry, also das muss ich mal erwähnen. Egal, am Rande. Kriegt ein Kunst-EP, cool. Medien, zwei Kultur, cool. Luxus ist egal. Könnte einmal pro Region machen. Ist eine coole Sache. Sehr gut. Wir kriegen auch hier von den Mediengütern, die wir hier produzieren, kriegen wir nochmal 10 Vermögen dazu. Auch gut. Das heißt, das ist generell immer gut, wenn man irgendwas produziert und das in diesem Baum noch gebufft wird. Ist eine coole Sache. Ich kann auch schon mal sagen, man kann auch eine Innovation kriegen, wodurch man halt, das habe ich auch in meinem Video gezeigt, tatsächlich schafft hier auch zwei Medien zu produzieren pro Studio. Und dann hat man natürlich schon automatisch vier Kultur, was schon ziemlich geil ist. Dann haben wir ein Sendestudium. Gibt Ideologie, Informationen. Das sind halt die neuen Bedürfnisse. Gerade Informationen kann man schon mal daran straucheln. Ideologie könnte euch halt diese Regierungsforms, Buffs geben. Da müsst ihr aber einfach Glück haben, wenn ihr mit 4 KI spielt, dass die auch eure Regierung haben. Ich glaube, hier in dem Playthrough, war ich schon auf Demokratie? Ne, habe ich noch gar nicht. Aber hier war das so, dass, ich bin ja jetzt mittendrin irgendwo, dass die anderen alle Fundamentalismus hatten. Das war halt dann unmöglich für mich. Ideologie irgendwie in dieser Tabelle, das ist ein ganz interessanter Mechanismus, sehr im Hintergrund und kaum kommuniziert. Wie immer, das kennen wir ja mittlerweile. Aber da hatte man zumindest dann eben keine Chance, da hochzukommen. Aber man könnte es halt mit dieser Ideologie pushen. An sich ist der Energieverbrauch natürlich sehr hoch. Von daher muss man nur überlegen. Dann können wir hier, gehen wir erstmal hier runter, Kamingespräch, reduziert Unruhe, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, interessiert keinen Menschen. Unruhe, nein, müsst ihr anders regeln. Baut Stadtwachen, reicht, fertig. Und alle anderen Gebäude und so weiter. Dann Mediengüter machen auch Unruheunterdrückung. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist cool, weil kriegt ihr dann nebenbei. Und vor allem halt auch eine Regierungsep, heißt ihr habt hier schön so eine Buff-Linie, sehr, sehr gut. Und dann geht die Buff-Linie hier auch noch weiter. Das ist einfach sehr cool. Deswegen ist es ein sehr starker Nationalgeist. Einfach schon mal so einen richtig schönen Push nochmal gibt. Wenn ihr das ja überall baut, dieses Produktionsstudio, und vielleicht noch die Innovation dazu kriegt, kriegt ihr ordentlich Asche dazu. Da finde ich zum Beispiel, da hätte man im Finanzwesen auch mehr kommen können. Hier kriegt man ja schon, wenn man es geschickt macht. Sagen wir, ihr habt vier Städte, ihr habt diese Innovation, dann kriegt ihr acht Medien, dann habt ihr 80 Gold schon dazu. Das ist schon ziemlich viel. Von daher, da braucht ihr ja nicht explizit aufs Finanzwesen zu gehen. Und kriegt ihr dazu auch noch diese anderen Buffs. Nachrichtenzyklus, Wissen, Unruhe und so weiter erhöht. Und Information. Ich meine, das war wieder, Wissen war nicht so viel, aber es war okay. Dann kriegt ihr halt ein bisschen Unruhe, aber die könnt ihr ja sofort unterdrücken. Wie gesagt, mit Stadtwache oder hier mit euren Medien, in Gebäuden und so weiter. Dann kriegt ihr dann einen Wissens-Push. Da braucht ihr aber wieder natürlich eine Domänenkraft, also Kunst-EP für. Kunst-EP sollte dabei in der Zeit eigentlich rumliegen haben. Das passt schon. Dann können die Mediengüter noch mehr produzieren. Diesmal Ideologie und Information. Also sehr schöner Buff-Mechanismus. Und ihr braucht halt fünf Städte, weil ihr fünf Produktionsstudios haben sollt. Das heißt, fünf Städte müssen es schon sein, dann in der achten Zeitalter kriegt man aber auch hin. Notfalls kauft man sich halt irgendeine und setzt da was hin. Guckt er, dass er irgendwie noch seltene Erde oder sowas kriegt, seltene Metalle. Leider gibt es ja nicht so viele Ressourcen in dem Spiel hier, die zusätzlich dazukommen, außer Öl und diese Metalle. Also generell Metalle. Aber ja, da könnt ihr dann einfach mal gucken, dass er dann statt absorbiert. Sehr coole Sache eigentlich. Sehr rund, gefällt mir sehr, sehr gut. Spiel ich tatsächlich häufiger. Also häufiger heißt es natürlich nicht hundertmal, aber ich finde es, ah, ich würde es nicht erst sagen, ich finde es ist einfach sehr solide. Es gibt in einem Produkt, wo man nicht viel tun muss, einfach einen soliden Strang durch. Du hast das, was du gerade im Zeitleiter brauchst, kriegst ein bisschen extra von allem. Regierungserfahrung, Geld und so weiter. Von daher passt es. Gehen wir zu Modernisierung. Ja, und natürlich, meine Lebenszeit ist begrenzt, deswegen habe ich Modernisierung tatsächlich noch nie genommen. Das hat aber nichts über die Qualität auszusagen, sondern weil die KI die immer wegnimmt. Also KI nimmt eigentlich immer Modernisierung. Gucken wir uns mal an, was das denn kann. Vielleicht erklärt sich das hier schon. Also, alle modernen, nicht zivilen Feldverbesserungen erhalten einen zweiten Arbeitsplatz. Da weiß man natürlich sofort, welche gemeint sind. Oder erklärt E-Mir das kurz in den Kommentaren, welche da gemeint sind. Jeweils eins nennen und dann nochmal einen neuen Kommentar. Nein, das wäre Spam. Aber einfach eine Liste auflisten und mir sagen, ja, was ist das? Also, nicht zivil heißt militärisch oder was eigentlich? Also, nicht zivil hieß hier auch nicht Werkzeugherstellung. Aber ich glaube, eine moderne Werkzeugherstellung ist hiermit betroffen. Aber nicht zivil, es ist ja zivil. Die meinen, glaube ich, nicht Dienstleistung. Das heißt, nicht Büch? Ne, weiß ich gar nicht. In Verlagswesen ist da eine Dienstleistung irgendwo. Da wird zwar irgendwo dieses Buch produziert, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich ein deutlicher Buff, weil ein zusätzlicher Arbeitsplatz heißt, wenn ihr große Städte habt und die KI hat halt auf der Großmeisterstrategie, Großmeister-Schwierigkeitsstufe, sehr große Städte, könnt ihr da natürlich noch mehr reinpumpen und mehr gewinnen, was einfach immer super ist. Dann Hauptstädte produzieren jetzt einfach Strom. Super gut. Strom ist wirklich teilweise nervig zu bekommen, weil es einfach zu wenig gibt. Dabei finde ich auch schade, aber sehr gut einfach, sehr solide kann man mitnehmen. Im Vertriebszentrum gibt es vier Produktionen, wenn man arbeitet und Verbesserungspunkte. Zwei finde ich, Verbesserungspunkte braucht man da eigentlich nicht mehr, in meinen Augen. Ist halt Unsinn. Könnte das zweimal haben. Vier Produktionen für fünf Energie. Ich weiß nicht. Also in dem Zeitalter sollte eigentlich, ja, wo es ist, da ist es nicht so steil wie bei der Civilization, da sollte es schon so 100 haben. Lohnen sich da fünf Energie, die ja oben, ja gut, ihr bekommt sie ja direkt für acht Produktionen. Ja, ist nett zu haben, würde ich sagen. Man kann sich auf jeden Fall spammen, die Dinger. Verbesserungspunkte solltet ihr jetzt zu dem Zeitpunkt immer haben. Dann haben wir ja schnelle Entwicklung, Ingenieurskunst, Frich Produktion für null Runden. Leider ist alles verbuggt an Tooltipp. Leute, so etwas muss halt gefixt werden. Ich kann solche Entwickler nicht verstehen, die jetzt schon irgendwelche Nerfs einfügen, aber nicht Tooltipps reparieren. Die kapieren nicht, was die Spieler haben wollen. Die wollen jetzt nicht mehr Unterhaltskosten haben, die wollen, dass das Spiel gefixt wird. Beim Unterhalts, ach, ich rance wieder. Egal, mach ich, komm, ich mach's einfach. Es ist ja ein ungeschnittenes Video. Ich kann doch nicht Unterhaltskosten erhöhen, wenn meine Großmeister-KI und mein Meister-KI so sehr sheetet. Ich hab auch in den Kommentaren gefragt, wie sieht's denn aus? Wollt ihr das denn auch für die KI mal machen, damit die KI nicht mit 15 Stacks rumläuft? Ey, wahrscheinlich nicht. Nee, da machen sie gar nichts. Die KI hat jetzt einfach fast keinerlei Nerfs oder, ja nicht Nerfs, sondern Verbesserungen gekriegt. Das ist, na egal. Aber hier stehen auch mal Tooltipps komplett falsch. Für null Runden. Wie viele Runden das sind, kann ich euch nicht mehr sagen. Ich hab das auch bei den anderen immer draufgehauen und guckt. Ja, okay, wirkt irgendwie. Habt ihr echt gesagt, gar nicht mehr so auf die Runden guckt. Sagen wir einfach mal, es wären fünf. Ja, nur mal sozusagen. Wie viel Produktion dürft ihr euch dann einfach mal raten. Aber Produktion natürlich zu erhöhen ist generell nicht schlecht. Wobei meistens meine Hauptstädte dann schon so in der Lage sind, auch ohne Produktions-Buff schon alles durchzubauen. Aber die kleinere Städte kann man damit natürlich mal pushen. Dann Hochgeschwindigkeits-Autobahn. Kostet als Gebäude 600. Gibt 20 Produktionen, kostet 6 Energie. Also ihr braucht wieder viel Energie. Gibt 2 Energie. Ideologie. 20 Produktionen ist ganz cool. Warum das Ideologie gibt, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Hitler ansprechen soll oder so. Ist egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ideologisch ist oder auf heutige Verhältnisse von Politik. Naja, wollen wir nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall 20 Produktionen. Ja, 20 Produktionen ist schon ein deutliches Ding. Wenn man das gebaut hat, hat man ordentlich einen Boost. Kriegt man sonst noch vom Weltwundern, glaube ich. Koloss, glaube ich. Gibt 20 Produktionen. Dann die U-Bahn. Erzeugt ein U-Bahn-Gebäude. Das gibt ein Regionslevel, zwei Verbesserungspunkte und zwei Energieverbrauch. Also wieder Energiefurcht. Die braucht sehr viel Energie hier. In einer Region, in der es noch keines gibt. Erhöht die Regions, das Regionslevel steht ja hier auch. Ich denke, aber es ist wieder nicht kommuniziert, dass ihr tatsächlich dann darüber aufreisen könnt mit euren Armeen. Es wird hier nicht kommuniziert, aber ich gehe mal davon aus, weil sonst wäre das einfach lächerlich schwach. Lächerlich schwach für 600 Produktionen. Ein Regionslevel bringt einem halt ja wie gesagt nur, dass ihr mehr Bevölkerungsmaximum haben könnt. Dann plus maximale Anzahl der Städte, die deine Region unterstützen können. Extrem stark natürlich. Ihr könnt hier einfach noch eine Stadt dazu pushen. Kann natürlich gerade, wenn du eine Stadt irgendwie richtig viel Gebiet habt, was eigentlich bei großen Meister-KI und Meister-KI nicht mehr existiert, weil die setzen euch auch Vasallenstädte direkt neben eurer Hauptstadt. Das ist denen scheißegal. Das kümmert die gar nicht. Aber dann könnt ihr, wenn ihr Platz habt, da nochmal eine Stadt reinbauen. Super cool. Und auch schaffen der Stufe 5. Das heißt, ihr müsst eure Vorstädte auf Stufe 5 hoch pushen. Kann man schaffen, wenn man genug Ingenieurspunkte hat. Generell sollte man das nur wählen, wenn ihr genug davon habt, weil diese Kosten sind schon horrende. Ingenieurspunkte sind in meinen Augen die, die am wertvollsten sind. Aber ist natürlich nur meine Meinung. Neben Kriegspunkten natürlich. Das sind die beiden Besten. Für mich zumindest. Regierung, ja gut, Regierung auch, aber die beiden sind schon die Besten. Ja, aber dann könnt ihr die auf 5 aufwerten. Das gibt ja immer Sinn, wenn ihr dann eine gute Stadt habt, kriegt ihr dann auch viel Produktion, viel Nahrung und so weiter und so fort. Das ist ja durchaus sinnvoll. Also eine ganz coole Geschichte. Aber was setzt sich das? Ich würde sagen, auch A, ich finde es nicht S, weil dafür kostet es zu viel Energie und teilweise sind die Sachen auch nicht so ganz so überzeugend. Ja, man könnte auch, wenn man jetzt unbedingt, aber ich finde die Produktion ist in meinen Augen da nicht mehr so wertvoll in dem Zeitpunkt. Das hier, also ein Nationalgeist früher, glaube ich, wäre einer der Besten, die es gibt, weil man Produktion pushen kann. Jetzt so im späten Zeitalter, hat das nicht mehr so eine Bedeutung, in meinen Augen. Aber klar, wenn ihr irgendwie da drauf ausseit, alles überall zu bauen, zu 100 Prozent, dann macht es halt. Dann gehen wir zum Politiker, die Politikwissenschaften. Ihr könnt ein Think Tank machen, da kriegt ihr viel Wissen, super stark natürlich. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Spezialisten kriegt, ihr Regierungserfahrung und Ideologie und Bonuswissen und Regierungs-IP pro Verbündete Nation. Könnt ihr vergessen, wäre natürlich eine coole Sache, aber ihr habt keine Verbündete Nationen gegen Großmeister KI, außer ihr seid militärisch viel stärker, habe ich das schon häufiger mal gesagt. Es ist ein Institut Level 2, also vor euch die müssen gucken, das Institut Level 1 hat also auch schon Wissen und so weiter. Ihr kriegt also nicht netto 4 dazu, furchtig. Das ist ganz wichtig, das ist nur ein Upgrade dazu. Das heißt nicht, dass ihr wirklich 4 durchkriegt, sonst wäre das natürlich super cool. Auf jeden Fall. Auch ohne Allianzen. Dann Annektierung. Wir können über Diplomatie ein neutrales Feld holen, wie wir es bei Erkundungen auch schon machen konnten. Finde ich nicht so wichtig in dem Sinne der Zeit. Hat man eigentlich gar kein einzelnes Feld. Gut, vielleicht hat man auch irgendwo eine seltene Erde oder hier, oder seltene Metall, ich weiß nicht, ich vergesse es, aber ich glaube seltene Erde heißt hier. Oder Öl, aber das wäre es dann auch. Überleg die Bevölkerung eines Vasallen einer anderen Nation in deinen nächstgelegenen Regionen. Finde ich richtig cool. Finde ich Multiplayer, glaube ich, richtig gemein. Einfach alles aus denen rausziehst. Ich meine, die Bevölkerung kann ja nicht alles sein, sonst wird der Vasall ja aufgelöst werden, wobei ich das auch lustig fände, ehrlich gesagt. Und ja, dann Artikel 5 können wir mal rausstreichen, ist kompletter Schwachsinn. Stellsturmgewehr, Allianzen. Also Null, immer Null bei Meistern, Großmeister Akei. Komplett ignorieren, könnt ihr vergessen. Ruhelfahrtsstaat, stillfühlt in den Runden alle Bedürfnisse in allen Regionen. Das ist auch ganz cool, ist eine Kulturkraft, kann man durchaus mal anwenden. Habe ich aber jetzt auch noch nicht so benutzt, aber kann man durchaus mal nutzen. Nicht sowas wie Artikel 5. Utopia, totalitär, zwei eigene Regionen, verwachsene Unruhe. Ja, da kommt wieder Unruhe gedöhnt, das könnt ihr wegschmeißen, brauchen wir auch nicht. Ist auch egal, das sind alles drei, in meinen Augen, die sind nicht wertvoll. Erhöht die Unruhe in der Region der anderen Nationen erheblich. Habe ich noch nicht probiert. Weiß ich nicht, ob das, vielleicht ist es auch KI brechen, glaube ich, KI kann ja alles crashen. Das ist eigentlich für die egal. Vermächtnis ist relativ einfach, weil die Vasallen zählen dazu. Ihr könnt also alle Vasallen zusammenzählen, plus eure Städte. Ich habe ja hier 19 Vasallen, von daher natürlich 227, 200 ist da okay. Ist trotzdem, je nach Spielart und je nachdem, wie groß die Karte ist, schon eine Herausforderung, kann man aber hinkriegen. Ich finde generell das Ding, aber aus dem Think Tank tatsächlich nicht so. Das ist lustig, gerade Multiplayer, wie gesagt, aber ich finde es nicht überragend, gerade weil man keine Allianzen schließen kann, von daher. Ich würde es in C reinsetzen. Fühle ich nicht, sage ich ganz ehrlich, fühle ich einfach nicht. Das ist in meinen Augen mit denen hier nicht vergleichbar. Finanzwesen hatte einfach schon einen eindeutigen Boost. Das hat einen Wissensbebau, das liebe ich ja immer, aber es ist so schwach, wenn es nur ein Upgrade ist und danach nur eine Vorstellung gibt. Müsste ich jetzt mal gucken, welches Institut das ist. Ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock. Ich gehe davon aus, ein Wissen mehr. Wenn er damit Probleme hat, ihr kennt ja meinen Spruch, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ja, das ist für mich zäh. Ich fühle das nicht. Ich finde Allianzen gedöhnt total schwachsinnig auf KI-Stufe Meister, Großmeister. Wie gesagt, müsst ihr militärisch so stark sein, dann braucht ihr auch diesen einen Wissenspunkt nicht mehr. Dann seid ihr eh schon am Gewinnen, von daher komplett egal. Dann gehen wir mal zu den Celebrities, den Influencern, die Popkultur und da haben wir ganz viel, war das? Ne, das war das nicht. Okay, alles gut. Domänenkraftkünste erzeugt eine Berühmtheit. Macht ihr dir die Berühmtheit zunutze, um die Kultur zu stürmen und Modestrecken befeuerten Städten zu schaffen? Ihr könnt Modestrecken schaffen, ihr seht ordentlich was dazu. Denkt wohl dran, da sind ein paar Sachen von Innovationen. Ich glaube, das Vermögen und die Produktionen sind von meiner Innovation. Aber ja, kriegt ihr halt dann dafür, könnt ihr die verbrauchen. Kostet wahrscheinlich ähnlich ein Künstler 50 am Anfang, wird dann immer teurer. Ja, coole Sache, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ihr kriegt auch eine Berühmtheit schon mit, warum nicht? Dann von Kleidungsgüter, finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich Kleider eigentlich noch nie genutzt habe. Ich habe mal überlegt, ich musste mal so eine Runde spielen, wo ich nur auf Geld gehe. Dann kriegt ihr halt deutlich mehr Kunst-EP und Kultur, vier Stück. Also sehr cool, muss ich sagen. Sehr gut auf Kultur pushen, ob das da in dem Zeitalter noch nötig ist, wieder so eine Sache. Aber finde ich trotzdem eine coole Sache. Also insgesamt eine gute Idee auf jeden Fall. Dann kriegt ihr einen Tanzclub, gibt auch Kultur, Kunst-EP und Ideologie, auch cool. Kann man mitnehmen, warum nicht? Und ihr kriegt noch mal eine Berühmtheit, was ich auch sehr gut finde. Das heißt, ihr braucht zwei, drei kriegt ihr sogar, also kriegt ihr eigentlich immer eine Berühmtheit her, wie bei den Plünderern. Extrem gut. Ihr könnt also konstant diese Modestrecken beballern. Ich weiß nicht, ob man die nur einmal in der Hauptstadt, ich denke mal, hoffentlich kann man die mehrmals in eine schaffen. Das wäre schon ziemlich stark. Also kann man auf jeden Fall ordentlich Kultur buffen und pushen und Kunst buffen und pushen. Finde ich gut, gerade wenn man auf Kleidung gegangen ist. Dann kulturelle Bewegung, zweifache Modifikation. Okay, die aktion kulturelle Bewegung der Berühmtheit ist doppelt so effektiv. Das heißt, das, nee, das wäre ja diese wahrscheinlich Modestrecken, hoffe ich mal. Würde ich hier mal nichts Falsches sagen, aber ich denke, das ist das. Jetzt bin ich ganz verwirrt, ich gucke gerade mal nach. Ja gut, ich habe die Wiki gestudiert, ich bin jetzt nicht viel schlauer, es hat irgendwas, glaube ich, mit Unruhe zu tun, von daher schwachsinnig. Geben wir einfach mal davon aus, weil es ist nicht die Fähigkeit, die diese Modestrecken macht. Von daher ist es für mich egal, wenn es irgendwas mit Unruhe zu tun hat, egal. Luxus, ja, Luxus brauche ich halt irgendwie nicht, von daher egal. Dann haben wir Konsumverhalten, da könnt ihr eine Kultur aus drei Produktionen, da könnt ihr ordentlich aus eurer Produktion, wenn ihr nichts zu bauen habt, sonst viel Kultur raushauen, viel Kultureffekte. Kann man durchaus machen, kriegt ja wieder eine Berühmtheit, von daher passt das schon. Ist jetzt, weiß ich nicht, nicht übertrieben stark. Hier sehen wir nicht, was der rote Teppich kann. Rote Teppich-Gala muss ich da wieder nachgucken. Und zwar haben wir das hier, Red Carpet. So, gucken wir mal, Red Carpet-Gala. Kann dieses Wikipedia uns doch noch überzeugen? Schauen wir mal, da oben. Also, mhm, mhm, guckt euch das an. Also, das ist eine Wikipedia, kann ja jeder verstehen, ne? Äh, mhm, genau. Okay, achso, ich glaube, Social Fabric Point, okay, jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. Also, hier kriegen wir ein, ach, steht da oben, erklär dich, Idiot. Ja, Sozialgefüge Punkt hinzu, verdammte Axt. Genau, dann könnt ihr einen Sozialgefüge Punkt machen. Sehr cool, finde ich gut. Dann wird die wohl, glaube ich, auch aufgelöst. Das heißt, es kostet natürlich eine Berühmtheit. Finde ich aber trotzdem gut. Das heißt, das ist sehr, sehr stark, sehr solide, wenn man Kultur noch braucht. Hier die Frage, ist das mit Machtenzahl noch so relevant? Also, ich fühle das nicht so relevant. Ich finde trotzdem, insgesamt sehr stark, das hier oben dann eben nicht, aber hier das, das auch nicht. Also, ich würde vier lang gehen, die drei, äh, die vier hier nehmen und das hier, naja, Berühmtheiten kriegt ihr schon hin, dass ihr fünf Stück davon habt. Ich weiß wohl nicht, ob man sie verbraucht haben muss. Ich hoffe mal, man darf sie auch verbraucht haben, sonst muss man sie herumstehen lassen, ein bisschen ärgerlich, aber gut, dann müsst ihr die halt durchpushen und dann lasst ihr die hier. Ich meine, das ist einfach schon stark, weil ihr nochmal eine Berühmtheit kriegt, von daher, könnt ihr eure Kultur bis zu Unkenntlichkeit pushen. Ob das dann noch sinnvoll ist, weiß ich nicht, es ist aber insgesamt starkes System, von daher ist es gut. Ja, und deswegen auch in Art hier, ich würde sogar da vorne hinsetzen. Also, ich finde Modernisierung dann noch cooler, weil es halt mehr Produktionseffekte hat, aber Kulturgefekte können halt auch helfen, die können halt nicht die Produktion steigern, deswegen würde ich sie hinsetzen, aber ihr könnt natürlich sehr viel Heurikas dann auslösen, vielleicht habt ihr vorher Gelehrte gehabt, wo durch Heurika bessere, übrigens so Verknüpfungen zwischen allen Nationalgeisten habe ich jetzt nicht ganz so erklärt, ich gucke die eher für sich allein, weil sonst wird es noch länger dauern, die Videos sind ja eh schon viel zu lang wieder, wie immer, aber so Gelehrte davor und dann mit denen hier nochmal Heurika konstant pushen, ich glaube, das wäre schon saftig oder mit den Erfindern halt die Innovation pushen, das wäre schon eine ziemlich coole Sache, von daher finde ich die schon sehr gut. Jetzt noch nicht Estier, da kommt noch was anderes, gehen wir auf Silicon Valley. Silicon Valley, seltene Erden, einfach auf alle eure Hauptstädte. Super gut, ihr kriegt einfach, weil die seltene ist, manchmal ist sie einfach nicht da, habt ihr Pech gehabt, kriegt ihr keine Computer und Silicon Valley sagt sich, ja hier, kriegt ihr einfach mal geschenkt, das heißt alle Städte, jetzt sind es bei mir 24, weil ich fünf Hauptstädte habe, die ich selber habe und 19 Vasallen, aber 24 Ziele, kriegt ihr also überall seltene Erde, die könnt ihr ja dann exportieren von euren Städten hin und her und könnt damit natürlich super gut Computer bauen und das Coole ist halt, ihr kriegt dann nochmal ein Wissen mehr auf Computer oder Computersimulationen, die beide eh schon extrem stark sind, wenn ihr euch sie leisten könnt, genug seltene Erde habt, die ihr ja kriegt und dann kriegt ihr noch im nächsten Schritt ein Computer mehr produziert, das heißt, ihr kriegt fünf Wissen von den einer Computerfabrik und kriegt hier ein pro seltene Erde mehr, wenn ihr also zum Beispiel fünf Städte nur habt, fünf seltene Erde, fünf Computerfabriken bauen und die haben dann zehn Computer, das sind 40 Wissen, Entschuldigung, 50 Wissen, weil ihr ja noch einen dann mehr bekommen habt und wenn ihr die noch alle, wenn ihr wollt, umwandelt, alle umwandelt, dann kriegt ihr noch Computersimulationen, die sind nämlich schon selber sechs plus eins und sieben Wissen wert, dann habt ihr zehn mal sieben, das ist siebzig Wissen und zehn Erfahrungspunkte für Erkundung. Das ist wow. Dann finde ich tatsächlich das Videospielstudio nicht mehr so cool, weil ganz ehrlich, ich will meine Computer nicht weggeben. Obwohl man kann halt sagen, ich mache die Hälfte Computersimulationen, best Videospiele, das Vermögen ist ganz nett, der Rest ist eher zu schwach. Ich würde immer auf die Computer gehen, aber das kann ja jeder für sich überlegen. Ich finde diese drei einfach, das ist schon reichen und das schon A-Tier oder S-Tier zu machen, ganz ehrlich, das ist super krank. Dann, ja gut, Unruheunterdrückung, klar, ist cool, weil ihr baut die ja eh, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr braucht, würde ich aber, naja, nicht unbedingt so einsehen. Computerverbesserungen, ja, plus ein Spezialist, auch ganz cool, kriegt er schneller eure Superverbesserungen, von daher auch ganz cool und er kriegt die Supercomputer. Die Supercomputer, meine ich, sind halt die, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, Hupsala, ne, kann ich jetzt noch nicht gucken, verdammt, das ist natürlich ärgerlich. Gucken wir mal hier rein, wo ich nachher irgendwas Falsches erzähle, Computerwesen, die Computerfabrik ist halt die seltene Erde und ich glaube, der Supercomputer ist einfach die Simulation, oder? Ne, doch nicht, der Supercomputer ist noch eine Stufe höher, die kommt, glaube ich, erst im nächsten dann, Supercomputer, da kriegt ihr, glaube ich, aus den Simulationen noch irgendwas raus, ich glaube, Informationen, aber das finde ich dann nicht so stark. Müsste ich jetzt noch mal theoretisch gucken, ich meine aber zu wissen, von daher lasse ich es einfach dabei, ich habe keine Kraft mehr für zu viele Recherchen, wenn ihr das versteht, könnt ihr ja selber nachgucken, ich meine, dass der Supercomputer nicht so cool ist, wie halt Computersimulation und Computer, weil er halt die Buffs kriegt, aber, ne, könnte er mich ja korrigieren, kann auch sein, dass das super cool ist. Ich würde jetzt spontan auf jeden Fall diese Linie nehmen hier, also die untere, die drei, und dann das hier, man muss ja natürlich sechs Supercomputer haben, das ist schon teuer, deswegen ist es für Mächten schwerer zu kriegen, es ist ja auch Ingenieurskunst, generell schwieriger, finde ich ja, aber wenn ihr die euch leisten könnt, ihr habt ja eh Sozialgefüge dann nochmal durch Einfallsrechnung hoffentlich schon gepusht, durch andere Sachen vielleicht, dann kosten die die Verbesserung auch nicht mehr ganz so viel und ihr kosten ja auch nicht mehr so viel, könnt ihr also auch mitnehmen, dann könnt ihr sie günstiger bauen. Also ich finde die extrem stark, also damit könnt ihr wirklich so einen richtig krassen Endgame-Push noch machen, um so eine krasse KI zu überholen in der Forschung, das hat schon einiges an Bedeutung. Ja, für mich ist, wenn ihr sehen wollt, ihr wisst, wenn ihr geguckt habt, ich bin ein Wissensspieler, das ist einfach super stark. Also ich finde die extrem stark, einfach diese, diesen Fakt, dass du auf jeden Ding seltenerden kriegst, also die Produktion anwerfen kannst, die hier auch noch massiv gebufft wird, ist einfach genial. Dann gehen wir zu den Raumdingens, ja, Raumfahrtbehörde. Ich sag's jetzt schon, ich find sie nicht gut. Warum? Weil wir mehr Wettlauf ins Allrichtlinien haben. Hä, ganz ehrlich, dass diese, ich hab das einfach mit den letzten Runden gar nicht mehr gemacht. Dieses Raumfahrtbehörde bauen und dann kriegst du da irgendwie diese drei Events, wo du einfach einen Prozentschance hast und dann gehst du ins All und kriegst ein bisschen Kultur und so. Ich fand's halt einfach nicht gut. Es war einfach nicht gut. Du hast halt höhere Chancen dafür, ja, wen interessiert's? Dann hast du nationale Forschungseinrichtung für irgendwas. Gut, da hast du mehr Chance, dass das halt klappt. Wow. Und zwei Innovationen. Toll. Die Chance brauchst du nicht, weil die Chance ist immer sau hoch. Notfalls brauchst du halt mehr von den Raumfahrtbehörden. Dann haben wir Forschungsinitiative. Ein Spezialist aus zehn Produktionen, heißt, wenn wir nichts bauen können, könnt ihr das machen. Ja, okay. Dann haben wir Kommunikationssatellit, das neun Wissen gibt. Ja, Wissen ist cool. Einmal kann ich's bauen, aber rechne mal, was wir eben ausgerechnet haben, 70 oder 50 Wissen zu neun. Ja, genau. Und dann haben wir hier dein nationales Forschungseinrichtung. Das war ja hier. Erzeugt Wissen und mehr Innovationen. Was für Wissen? Plus eins. Wow. Und vier Innovationen. Das heißt, wir kriegen sechs Innovationen. Die geht ja wieder weg. Denkt dran, hat Zeit. Also vielleicht ist sie unendlich, vielleicht ist das okay, dann. Aber ich find's nicht gut. Uebersteilflugzeug, ja, ist halt ein Flugzeug, ganz nett. Ich meine, aber das ist nicht mal so gut wie der Jäger, der kommt, im neunten Zeitalter. Von daher ist er relativ schnell auch einfach überflüssig. Und dann haben wir Weltraum-Expedition starten. Das ist ganz cool, weil damit könnt ihr diese Belohnung kriegen. Ja, aber ist halt Kulturkraft. Da würde ich lieber die Heurikas nutzen. Da könnt ihr diese Aliens natürlich auch finden, was ganz lustig ist. Ich glaub, das könnt ihr aber auch durch so ein, wenn ihr generell auf den Mond gelandet seid, schon machen. Dann müsst ihr nicht unbedingt das hier haben. Das ist einfach wie so eine Expedition, die ihr wiederholen könnt für Erkundung halt. Ja, kann man auf jeden Fall Punkte drin dampen. Aber ich find's insgesamt, das hier ist einfach, könnt ihr euch richtig auf jeden Fall hin. Ich find's insgesamt schwach. Also ich bin so einer, ich hab das direkt beim ersten Mal genommen. Direkt beim ersten Mal genommen. Und dann hab ich mich gefragt, ey, Moment mal, wofür hab ich das genommen? Diese Prozentzahl, wo du einfach dann ein paar Pünktchen bezahlen musst, um die Prozent auf 100 Prozent zu kriegen oder 80 oder 90 Prozent. Und wenn's fehlt, machst du's halt in zwei Runden nochmal. Ich bin interessiert. Von daher, ich würd schon fast ein D sagen. Ich mach's in C, komm, weil du kriegst ja wegen so ein bisschen Wissen und so. Ist in Ordnung. Aber sorry, ich find, das ist eher auch wieder Meme als irgendetwas anderes. Das ist halt, dafür ist die Mechanik viel zu oberflächig, viel zu langweilig und auch viel zu einfach ohne diese Raumfahrtbehörde. Ich hab keine Ahnung, warum man das auch in diesem Vorstellungsvideo für einen Jumbo-Pixel so allzu toll dargestellt hat. Es ist total langweilig. Ich hab mich da drauf gefreut oder dieser Mechanismus ist einfach nur boring. Mehr nicht. Also wirklich, wirklich langweilig. Da hätte man lieber hier die Massenvernichtungswaffen da mit dem Laser und so nehmen sollen. Das ist viel cooler als diese Raumfahrtbehörde. Egal, genug des Rants. Ich hab jetzt schon zweimal gerant in diesem Video gemerkt. Ich bin schon lange dabei aufzunehmen. Deswegen gehen wir einfach mal zum letzten. Der ist auf jeden Fall wieder ein Highlight. Die Sondereinsätze. Total super. Also wirklich krass. Ihr kriegt taktischer Einsatz. Wir zahlt da 180 und dann kriegt ihr so eine. Guckt euch diese starke Spezialeinheit an. Für 20 Kriegsführungen. Und die steigt dann immer nur 4 und dann 5 und dann 6 und so weiter. Das heißt, bis ihr da wirklich auf hohe Zahlen kommt, wo ihr langsam ins Schwitzen kommt, habt ihr 10 von diesen Einheiten gebaut und die sind so stark. Damit könnt ihr so einen harten Push auch gegen Großmeister-KI machen. dass es wirklich nicht mehr feierlich ist. Wir können natürlich auch sowas wie Kulturkraft einfach eine Stadt zerstören. Ich finde ehrlich gesagt, wenn du einmal drin bist, kannst du es auch mit den Einheiten zerstören. Die KI juckt das nicht. Die baut die eh alle 2 Sekunden wieder auf. Also jede Runde eigentlich wieder neue Stadt. Von daher Wurst. Senkreisstarter fand ich sehr enttäuschend, als ich ihn gespielt habe. Ich habe gedacht, ja krass, dann hast du einen richtig geilen Anti-Luft-Einheit-Dingens. Ja, dann kam auch diese genauso wie bei Weltraumbehörde. Dann kommt der aus dem nächsten Zeitalter und macht den sofort komplett nass. Also weil er so wenig Verteidigung hat, stirbt er sofort. Also wird sofort kaputt gemacht. Finde ich halt sehr schade. Trotzdem an sich natürlich cool, wenn er so im Zeitalter nutzt. Schnell als vielleicht Deckung, damit er mit euren Spezialeinheiten durchkommt. Ist aber sehr schnell obsolet. Hier das dauert bis zum 10. Zeitalter, bis die Spezialeinheit wirklich ein Match findet in diesem KI-Trupp-Lorde wie es heißt. Da geht das. Dann könnt ihr einen Gesandten nutzen, um einfach auch mal hier eine Verbesserung niederzureißen. Finde ich nicht so gut, weil warum soll ich eine Verbesserung niederreißen, bringt der KI nichts. Die kann halt cheaten, von daher komplett egal. Hier das mit Kolonialismus, da habt ihr 40 Bewegungen mehr für den Wassertransport. Da könnt ihr, wie gesagt, über die Meere fegen. Ist halt eher so ein Gimmick. Könnt ihr nebenbei mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum zweiten absoluten Highlight. Drohnenangriff. Und zwar tötet sofort alle Anführereinheiten einer Armee. Die KI hat immer überall krasse Anführer drin. So gut wie überall, sagen wir mal so. Und fügt allen anderen Einheiten derselben Armee Schaden zu. Habe ich ja gedacht, komm, was für Schaden. Dann wird das vielleicht 10% Schaden sein. Wie so ein Gewaltmarsch. Und der Anführer stirbt. Anführer stirbt ist schon stark. Versteht mich nicht falsch. Kostet auch nur 50 Kriegspunkte, was schon zahl ich. Sonst steigt dann auch 4 Punkte, 5 Punkte und so weiter. Nein, ihr tötet fast die gesamte Armee damit. Also ich habe das zweimal benutzt. Gegen eine sehr starke, massiv technologisch noch weiter fortgeschrittener als ich KI. Habe das angewandt. Und die gesamte 700 plus Armee war einfach nur noch Muß. Der Anführer ist gestorben, alle anderen Einheiten waren auf 1 HP. Das heißt, ich bin einfach rübergerannt mit einer normalen Armee und habe die weggemacht. Der ist auf einmal von Stärke 12.000 auf 11.000 innerhalb von einer Runde gedroppt, weil ich das zweimal angewandt habe. Das war total krank. Also eine absolut lächerlich starke Fähigkeit. Super cool. Die beiden Fähigkeiten allein sind halt einfach schon S-Tier. Absolut. Und ihr könnt eure Bomber Einheiten noch pushen, wenn ihr damit irgendwie kämpfen wollt. Ich finde das Luftkampfsystem okay, aber ich finde die KI ist da viel zu mächtig drin. Die hat halt viel zu viele Ressourcen, um sich Schiffe oder Flugzeuge zu bauen. Wenn ihr in einem Zeitpunkt seid, wo ihr so viel kriegt, habt ihr einfach nicht genug Stationen, wo die rangehen können oder keine Ahnung, die KI fängt euch trotzdem immer die Bombe ab. Ja, weiß ich nicht. Ist trotzdem cool, weil mehr Angriff bedeutet halt mehr Schaden. Ich fand die Bombe Einheiten, aber solange ihr sie nicht maßen könnt, auch nicht überzeugend stark. Aber ist cool mitzunehmen. Aber ich finde halt das, vor allem das hier und das sind natürlich die allerstärksten. Dann kann man diese noch als Gimmicksachen nehmen, die drei. Und den kann man halt vielleicht, wenn man in der gleichen Zeit schnell pusht, noch nutzen. Ja, Sozialgeflügel ist einfach. Sozialeinheiten, drei Stück, kriegt er relativ schnell hin. Die halten sich auch ganz gut. Das ist super stark. Also auf jeden Fall mit Silicon Valley ganz oben. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Kommt auf jeden Fall erst hier. Ich halte sie gleich. Also das eine ist halt Wissen, das andere ist halt militärischer Push. Ihr könnt damit wirklich Großmeister KI brechen. Das ist ähnlich wie bei den anderen Militärpunkten, wie bei Spartiaten. Oder ja, Kommandant, müsste ich nochmal mehr testen, ehrlich gesagt. Aber Spartiaten oder Kanat und hier mit dem Sondereinsatz könnt ihr wirklich auch Meister oder Großmeister KI brechen. Und das ist sehr wichtig, weil ihr braucht für Großmeister KI unglaublich viel Ressourcen, unglaublich viel Strategie, unglaublich viel, ja, wie soll ich mal sagen, Aushaltvermögen, also Ausdauer. Und ihr müsst erwarten, so 10 bis 15 Stacks zu besiegen mit euren 3 bis 5 Stacks. Je nachdem, mit neuen Unterhaltkosten wird das Ganze wahrscheinlich nochmal schwerer. Aber da ist ein Sondereinsatz einfach super, während halt Silicon Valley massiv Wissen pusht, damit ihr wirklich die KI übertrumpfen könnt. Obwohl sie euch vorher immer eine Nase hochgeführt hat, könnt ihr sie dann irgendwann doch übertrumpfen, wenn wir mit den Forschungswerten so über 200, 300 kommen. Ja, und das wäre meine Einschätzung. Wie immer, ihr könnt eure Einschätzung reinhauen. Könnt mir sagen, wie toll oder wie doof ich da das gemacht habe. Daumen hoch da lassen. Auch wenn das doof war, Leute, komm, schieb ein kleiner Kanal, tut mir nichts Böses. Abonniert gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Haut rein.